Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde, wir knifften gegen die Welt. Oh, ich muss mein Handy WLAN ausmachen und annehmen. Ich sehe gerade, ich habe PIN von 150. Fafella. Noch nie gespielt. Oh Gott, jetzt sind wir noch passend zur WM, ne? Geh, ich sag's. So, ich muss meine Flasche wieder bereitstellen. Weil Juni ist da, Virus ist da, Alunke ist da, da werden ein paar dumme Sprüche fallen. Ach, mach ich. Allein dafür, dass Virus gelacht hat, dafür gibt's schon... Jawoll, so läuft das. Ach. Scheiße, ich kenn die nicht. Schnell Mapkenntnis auffrischen hier. Ja, nee, ich mach mir lieber einen Kakao. Alter, so bist du drauf, so bist du drauf. Scheiße, ich hab die Karte nicht oben links. Anubis, willkommen, willkommen, willkommen. Where? Slovenia. Germany? Slovenia. Alalalalalala. Ich, ich wollte jetzt die ganze... Ich hab schon verstanden, dass er aus Rumänien kommt. Ich wollte aber die ganze Zeit jetzt mit dem auf Deutsch reden. Oh, die Map ist aber gar nicht groß, ne? Kann das sein? Nee, geht eigentlich. Uschi, Alter. Uschi ist im anderen Team. So schlauchig. Ich hab gesehen, wo ich rausgekommen bin, halt umgegangen. Alter, voll. Also auf A ist man ziemlich schnell. Hm. Nee, auf B mein ich. Und die Typen spawnen eigentlich bei B, habt ihr gesehen, ja. Na, danke. Die, die Typen spawnen bei B. Ja, die spawnen direkt auf B. Ist Kakao-Virus wieder da? Hello. Kakao-Virus. Kakao-Virus, hallo, 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 hallo. Oh, oh. Fängt ja gut an. Er macht noch sein Kakao- Ja, da ist er. Okay, was machen wir? Na, lass mal A, wenn die B spawnen, oder? Ich bin sowieso der Idiot, der lange vorlaufende... Oh, da kommt schon Nades. Ja. Unten drin, erinnern. Oh, mehr ist mir. Die Rüste, alter Gammlei. Hey, Luka hat's am besten. Siehst du die Bombe da? Ja. Cool. Die kommen da, an der, an der, an der B. Da kommen sie alle Virus, da liegen sie. Ah, einer unten noch, im Wasser. Alles klar. Boah, die haben aber ein bisschen, ein bisschen niedergemäht, wa? Ich hab nur einen ganz kurz gesehen. Machen wir nochmal A. Hey, again, please. Okidoki. Anubis, alter, alter. Jetzt, wir müssen auch Granaten mitnehmen, wa? Ja, die Idee ist gar nicht doof. Aber hier vorne muss man schon aufpassen, hier kommen schon die ersten Nades immer angeflogen. Oh, ich geblockt, Virus. Rechts hab ich einen weg, Alex. Links war gerade noch einer zu. Ja, aber die Bombe liegt ja hier. Hier einer noch. Ich komm mit der Bombe. Ja, der war bei Anubis. Da, wo Anubis ist, ist er auch. Genau da geradezu, Alex. Alter, ich brauch unbedingt ein neues Mauspad. Das ist so komisch. Alter, ich bestell mir gleich eins. Oh, jetzt B, oder was? Ja, aber wir faken A an. Okay, ich faken an, ich fäffle Granaten. Ja. Aber ich hab das Spiel so leise, ich merk's gerade. Shit, ich muss da was machen. Was? Valter, Was? Gelbe. Welche und gelbe efectiven Number? Ja, komm. Schon in Mappe? Achso. Okay, wir müssen das ja erstmal kennenlernen hier, Virus. Mhm. Okay, weiter. Ganz ogen. Ganze scripture whom. So, Bombe kann gelegt werden. Das ist ja geil, das erinnert mich auch schon wieder an Black Ops, die Map hier. Aber die ist heftig, die sind schnell an den Spots eigentlich. Ja. Alter. Ich glaube, der ist tot. Zurück zum Spiel. Was war leichter? B oder A? A. Nimmt sich nichts, finde ich. Wann fandst du A leichter? Weiß ich nicht, da hast du die zwei Ecken, wo sie rauskommen können. Die können auch von hinten kommen, durchs Haus. A. A. G. A. 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 Grenade! Flushback! Hallo, geht da. Oh. Sorry. Hey, warum schieb ich nicht auf den? Ist der dumm? Der hat jetzt schon ein paar mal auf mich geschossen, oder nicht? Ja, hat er wahrscheinlich das Zeichen nicht gesehen. Terrorists win! Ja, und dann mit einer Awe, ne? Er ist so ein Spacken. So, für den Spacken gibt es jetzt eine Münze. Perfekt. Machen wir wieder A, oder was? Dann würde ich sagen, Anubis und ich gucken nach vorne mit den Aves, ihr deckt nach hinten und nach links ab. Ja, sag das mal, Anubis. Anubis, wir are looking to the front and the other guys looking to the back and to the left, okay? Okay. Flushback! Smoked! Oh, alles gesmoked. Ah, shit, in dem Schacht und Smoked aber. Schau den zuhause jetzt rein. Oh, hinten geht einer runter ins Wasser. Ja. Dacht hab ich. Hinten im Wasser einer, ne? Ja, genau da. Ja, genau da. Soll ich nochmal zeigen? Ist tot. Da ist noch einer. Gut, jetzt ist er tot. Weiter noch, wir können die Bombe legen. Ja, ja, ich komm schon. Hinten, hinten, hinten. Okay, der geht um. Jetzt wird zurückgelaufen, gell? Ja. Der ist schon in die Mitte, bei euch. Okay. Ey, die Map ist, also jetzt unabhängig davon, dass wir die grad so dominieren, aber gar nicht so scheiße. Wieder A oder nochmal B? Nein. Ähm, mir ist das egal. Mir ist das egal. Virus willst du eine Aave? Hau her. Was? Ja. Ich will den Lee. Gehen wir mal B, komm. Palunki, ich will wissen, welche Raucheinstellung du hast, damit man was sieht. Oh. Fack. Ja, aber sie sind für Rauch erforderlich, also. Weiß ich nicht. Mit der Einstellung Rauch gibt's nicht. Hey, clear. Hey, clear, sagt er. Ja, ich verschiebe. I'm coming. Ah, der macht das alleine. Lass mich wenigstens auf die Bombe legen, Sack. I'm setting the Bombe. Park has been planted. Den hat er schon weggeholt, da, den Penner. Das sind sehr, sehr offene Areale. Das ist, äh, ganz krass. Ganz schon viele Hühler hier, ey. Ja, das auch. Gibt sicher einen Erfolg, wenn du alle in einer Runde tötest. Ich bin gerade dabei. Ugh. Die Press an der Runde tötest. Die Leute senken reischen Sie Und dann haben Sie dir um irgendeine Lange. Ja, das war doof, weil gerade als die Bombe explodiert ist, die Karte weg war. Deswegen habe ich nicht mehr gesehen, wo du warst. Feindlich. Oh, zwei in der Mitte. Und noch einer am Wasser. Oh, shit. Oh, kann ich mal frühstücken. Auch gut. Da ist einer rechts von dir, Wasser. Nein, das war schon lang. Komm, geht's da weiter? Runter zum Wasser. Er hat gut gefressen, da unten im Pimmel. Ah ja, ne? Oh, da ist noch einer. Alunka, jetzt versauen. Ja, ja. Ja, ja. Yo, yo, dat. Wollen wir nochmal Frontal auf B? Ja. B, guys. We must go. Big R on, yeah. B, game. Hm. Smoke! Throwing a decoy. Ah, shit. Shit, 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 shit. Ja, vorhin im Haus ist einer drinnen. Er läuft zurück. Oh, oben, drauf, Juni. Ja, hab ich ein bisschen. Kommt man denn da hin, ne? Ja, hier hoch, auf dem Geländewang. Hm, siehst du? Wichsen gegen Nazis finde ich gut. Deine Kohle. Hier ohne. Na ja, Nubis, ey. Der, der ist Vollstecker. Der ist jetzt wasser Vollstecker. Kauf für alle im Füßig. Kauf da nicht. Er ist so ein Fisch. Wo kommt man denn hier hin? Ja, OMG, Alter. Zweite, zweite. Ja, ja, ja. Ich wollte deine Waffe. Ich bin beim Ah, ich bin alleine. Super. Jetzt kommen sie alle. Und hinter dir und über dir und überall. Aber ich glaube, auf CT-Seite ist die Map voll easy. Ich weiß gar nicht, warum die so viel verkackt haben. Ja, warte mal ab. Ich glaube wirklich, die ist easy. Machen wir nochmal B? Oder A? Nach links. Nach links. Nach links. Es ist Zeit, um unseren Parten zu machen. Schau in die Flaschbank. Alter, wo ist der Sniper? Shit, nimm den Hostel. Ah. Oh, von hinten. Von hinten. Gratis-Kill, Halunke. Gratis-Kill. Nee, praktisch nicht. Eine Münze für ein Gratis-Kill. Oh Gott. Oh Gott, je botte. Komm ganz links. voll links ja damit hat er nicht gerechnet wo ist denn das da ist jubeln he 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 warum hab ich denn schon Ausrüstung gescheitert ja scheiße hm einer ist schon direkt hier vorne oh nein oh nein ich hab die Bombe verloren ich Idiot mhm in der Mitte einer rechts ha lunke rechts 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 Virus da hab ich noch einen Spot unten hm ich glaub direkt unter dir ja sag mal wo der ist das der da ist andere Weiß der kommt doch schon ja Jungs we sink on Bombspot A so reicht dir das ja geht doch hm warum kannst du das nicht sagen du hörst auch mal englisch in der Schule ja das ist direkt unter dir ich kann nicht reden wenn ich tot bin du scheiße direkt unter dir ich hab das Problem dass ich in Demos keine Namen mehr sehe das ist scheiße deswegen konnte ich mir nicht angucken wie die Gäste wer gehackt hat ja konnte ich mir nicht angucken wahrscheinlich haben sie das in meine Demo gehackt sieben vier das heißt ne ist nicht die letzte Runde das heißt wir machen ruhig noch eine Spar oder beide da die haben uns gesehen die switchen wollen wir umswitchen wollen wir umswitchen wir rennen über die Mitte hier rechts ab hier lang Grenade out oh beide angeschaut oh rufen er jo da kommt einer Juni hat ihn ja klar der muss auch in dem Moment einer kommen alter ja klar der muss auch in dem Moment einer kommen alter defused und 94 habe ich dem gedrückt eigentlich ist die pose da oben ja gut dafür ärgerlich so ich habe geld jetzt hole ich mir den abel das ist mein plan und euer bombe legen ich finde die aber echt zum kotzen da die opi seite oder was ja mit ankündigung ja hallo alex nicht vor mich wolltest du das huhn erwischen oder hallo links oben auch ne den hatte ich glaube ich ja ne da ist er von hinten warte komm weg da komm weg da ok komm kann auch sein dass er überall läuft ok den hat er diese hintergrundgeräusche nerven ja ein bisschen auf der map ja luke ich geb dir was ja was sind auch gut Danke. Na toll, jetzt habe ich fettige Hände von meinem Käsebrötchen. Käsebrot. Ist ein gutes Brot. Du hast das Schwein, dass du mich hast. Der ist mal hinten, ne? Jo. Ja, und dann kommt von hinten. Oben kommt Scope. Und das Scope hinten, letzte. Also geradezu da und er machte was, weiß ich, wie es das heißt, ey. Na los, komm, zeig dich nochmal. Terrorists win. Jo. Hallo. Käsebrot ist echt ein gutes Brot. Wirklich. Komm, stopf noch eins hinterher. Ey, wir haben noch Platz in der rechten Seite meiner Wange. Ich gebe, ich gebe. Wo ist denn? Boah. Drei auf A mindestens. Wenn nicht alle. Ich glaube, alle. Geht schnell auf B. Schau doch. Schau doch. Bleib mal oben da. Ah, da ist einer. Da ist einer Modeling. Äh, oh Gott, ey. Scheiße. Ich weiß, da kommt einer runter. Letzter ist bei uns am Spot. Äh, Spawn. Plant. Ja, ja, ja. Lacker, Schreiber. Ähm, T-Spawn, Lars. Spawn has been planted. Und andere Seite kommt der andere Seite. Wie, 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 Joris. So. Es war auf jeden Fall eine geile Aktion. Da gibt es zwei Münzen für. Was haben wir denn hier? Ein 50 und ein 1 Cent Stück. 1 Cent. 50. Jawoll. Guck mal 5 raus. Der Virus war so schlecht. Ein Euro wieder raus. Gehen wir zusammen alle? Wollen wir? Gehen wir durch die Mitte gleich? Ja. Ja, ja. Hier rechts. Die kommen eher oder wollen wir gleich? Ach komm, gehen wir durch die Mitte holen wir so einen. Ja, los. Rush. Mit, mit. Ja. All. All. Okay, die sind auf A. Okay, die gehen auf A, aber wir machen uns auf den Plan. Ja, ich komm nicht hoch. Oh, fett. Oh, man hat's been blind. Alter, in der Butze drin. In der Hütte, in der Hütte hier einer. Ja, 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 ja. Achsel, achsel, achsel. Oh, jetzt muss ich ja nicht mehr. Ich glaub, wo die anderen ins Haus waren. Ach so, okay. Wo ist denn der? Scheiße. Da sind wir dann die Tür vor. Das sind zwei, ne? Bumm! Reicht nicht mehr. da war auch noch einer die idee war gut juni hier müssen wir schneller schneller bremsen ich nehme mir eine he mit A für Alex gehen sie B hier ist ein Smoke was all B aber die Bombe war da noch nicht hier war die Bombe haben wir eine Cargo, will jemanden? mh also wenn sie jetzt nicht B kommen, dann fress ich zwei Besen mit Stil? mh aber nur wenn er aus Plastik ist das geht besser runter Holz das ist nicht so mh 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 mal hat äh, German Effizienz! Ey, das hattest du doch auch mal! We are good to go! Alter, gleicher Brandkanal vor! Mieet! Mieet! Mieet, Mieet! Mieet, Mieet! Der liegt bei mir wie? Oh, da Bombe! Andere Bombe! Lunge bei mir da drin! Mieet, Mieet! Mieet, Mieet! Noch einer Mieet, Mieet! 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 Autotacker! Wollhack, ey, Wollhack! Blöder Penner blöder! dann gehe ich mal mit mit gucken mit mit autotacker obwohl das war jetzt gerade noch peinlicher als deren angriff auf ich denke die werden hier nicht noch mal herkommt schnell verschieben 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 alle lasst mich durch anubis ich dachte du hast wollen dann weißt du doch dass sie nicht auch gerade kommen sag ich doch in der im kaufschiff auf dem spot ich wollte gerade meine nade werfen und hätte sie auf dich geschmissen damit kannst du leben ja die map gefällt mir aber ich glaube einfach nur weil wir die user virus diffuser hier unbedingt die füße alter gar ungekauft oder kein geld dafür kann ich mir auch gleich schon wieder weiter nur bis noch mal aus warum wir liegt bei anubis letztes arm hat er keinen ton oder wer anubis wenn das doch hinter ihm gerade eine flash geflogen wir kommen schon virus hitze auf ich glaube nicht dass der anubis warleck hat ich habe jetzt eben gerade mal ein bisschen bei dem mitgekommen irgendwie er oder er tut so geisteskrank wenn einer von uns stirbt scheiße dafür gibt es auch keine münze deshalb aber virus kriegt eine münze mal ein virus noch dazu da war noch einer virus ne echt zwei leute waren da ich habe mich verpisst meinst du naja ist gerade blaue hier nämlich laufen die ne ja auf jeden fall ist doch einer von deinen leuten ist da ist alles okay wir ist alles okay man könnte trotzdem in der butze sein man könnte trotzdem in der butze sein ja ah da war er wo war er ich habe ihn nicht gesehen ne ne schon ist so ein kopf hier ist alles sauber übrigens na da ist er oh nein einfach reinschießen unten schieß unten schieß unten ich habe einen unten der da war ne ja da war aber noch einer da war noch einer ja aber dann ist noch einer auf A der jetzt nicht checkt dass dass ihr defusion kommt guck oben wo genau da ja siehste muss dir der muss dir der dings erst sagen was geht ja die map war mal ganz witzig muss ich sagen oh die war gut mhm aber die ist extrem langläufig oh so lange kann ich nicht naja doch so lange Gänge weißt du so 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 Aztec mäßig weißt du dass du da so viel snipen kannst bei Fonda bist du mehr laufen na ob wir Fonda in der nächsten Runde spielen seht ihr wenn das Licht angeht also haut rein und bis denn ciao ciao tschüss warte mal ich muss mit Pissen gehen das muss man auch noch mit drinnen mit Pissen gehen das finde ich witzig jetzt wissen alle dass du Pissen musst du bist kein Mensch so tschüss ich auch ciao ciao